Hallo, hier ist einer von Anna's Paperbox. Heute habe ich wieder eine Box für euch, diese hier und die habe ich gemacht mit dem Stempelset Sailing Home, auf deutsch wäre das Set die Segel und dem Designerpapier mehrere Möglichkeiten. Heute nehme ich ein anderes Papier und zwar nehme ich immer noch aus derselben Serie, aber die Rückseite von diesem hier ist dann etwas heller. Als erstes brauchen wir einen Bogen Farbkarton, den habe ich mir schon mal zurecht geschnitten und zwar auf 9 ¼ x 6 ¾ Inch oder 24,5 x 18 cm. Der wird jetzt gefalzt, und zwar an der langen Seite, mit der Schneideklinge, bei 2 ¼ Inch, 4 ½, 6 ¾ und 9 cm. In Zentimetern wären das 6, 12, 18, 24. So, dann einmal drehen und dann bei bei 2 Inch und bei 5 Inch. Mit Zentimetern sind es 5 und 13. So, jetzt hoffe ich, dass man das sieht. Also hier unten, das Stück ist länger, wie das hier. Das hier ist, Moment, wir können es gleich ausmessen. Hier unten habe ich 2 Inch, ich hoffe man sieht es, und hier oben habe ich nur 1 ¾ Inch. Also das breitere Stück ist der Boden. So, wir schneiden hier schon mal ein, und zwar einmal diese kleine schmale Lasche, die kommt weg hier im Boden. Und die kommt auch oben weg, das bleibt nur der mittlere Teil über. So, und jetzt hier wieder am Boden. So, einschneiden. Das hier ist der Vorderteil, das ist die Rückseite und die Seitenteile, die schneide ich mir hier wieder mal ein. So, die andere Seite wird gerade geschnitten, einfach nur gerade durch. So, ich sehe es ja selber kaum. Okay. So, jetzt können wir auch schon falzen. Bevor ich die falze, werde ich mir noch die Ecken abrunden. Und zwar vom Oberteil. So, und hier nehme ich, ich knick das einfach mal um. Stand die jetzt zusammen, das geht. Da ist das Papier nicht zu dick. So, und so gehe ich weiter. Nächste Ecke. Die beiden. So, und die letzte Ecke. So, bevor wir zusammenkleben, kommt jetzt hier noch das Designerpapier drauf und bevor ich das klebe, wird das hier noch oben mit der Stanze eingestanzt. Ich habe die Wellenstanze genommen, weil die den breiteren Ausschnitt hat. Da kann man einfacher das Band durchfädeln. Die neue Stanze, die ist ähnlich, sag ich mal, aber die hat nur ein kleines Loch oben. Das war mir dann ein bisschen zu klein. So, einmal und zweimal. Und wo ist hier? Hier drauf. Und einmal hier drauf. Ich schaue jetzt mal. Ich drehe mir das mal kurz um. Damit ich weiß, wie bis wohin ich Kleber machen soll. Ja, ungefähr bis dahin. Fangen wir mal bis dahin. Hier wieder. Hier wieder. So, das ist jetzt geklebt. Der Schnelligkeit halber, klebe ich die Box jetzt mit dem doppelseitigen Klebeband. So, das kommt einmal hier hin. Einmal auf die Seite, das ist die Vorderseite. So, wenn da ein bisschen übersteht, knicke mir das einfach zurück auf die Klebefläche. Bleibt nichts über. So, wo ist jetzt mein Streifen? Da. Seite, Seite. Vorunterseite. Da wird das hier ein bisschen kürzer. geschnitten haben. Ist es nicht deckend, aber für den Boden passt das schon, finde ich. So. Jetzt die Seiten. Einmal die. Okay. Und dann die Oberseite. So. So. Ich habe die hier nicht eingeknickt. Das geht natürlich, sag ich mal. Und das reicht mir dann. So. Als nächstes das Band. Dafür habe ich dieses Leinenband benutzt. Und das gehört zu dem Kombipack. Und zwar. Als nächstes. Das Dekoball im Kombipack. Das habe ich benutzt. Einmal. hier oben durchfädeln. Und hier habe ich das dann mit einem Glue dort befestigt. und zwar. Einmal hier auf die Ecke. So. Ich habe das dann hier an den Rand geschoben und festgeklebt. jetzt. Einmal rum. So. Und auch hier wieder durchfädeln. Schön feste anziehen. Und hier habe ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite mein Glue dort angeklebt. Dann habe ich nämlich hier schön viel Platz für die Schnur. Und zwar habe ich mir hier ein Stück abgeschnitten. Einmal hier durchgefädelt. Einmal da. Und zusammen gebunden. So. Und hier habe ich mir eine einfache Schleife reingemacht. Einfach zu öffnen und recht einfach wieder zu schließen. Sorry. Hier hängt heute was. Ja. Als nächstes die Deko. Da habe ich einmal. Jetzt hängt es wirklich. Hier. die Metall Accessoires. Ahoy. Da gibt es einmal diese Steuerräder und die Anker. So. Hier habe ich Steuerrad. Ja. Ich bleib beim Steuerrad. Und das habe ich auch wieder mit dem Glue dort aufgeklebt. Und da ist einer. So. Hier kann man jetzt eigentlich nochmal, damit es fester bleibt. So. Jetzt ist er fest. Okay. Das ist erstmal weg. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Farbkarton. Das ist ein Rest von dem, was ich von der Box abgeschnitten habe. Und dann einmal den Kompassstempel. Und ich habe den Kongrets, also die Glückwünsche genommen. So. Kompassstempel. Also das Papier ist jetzt ehrlich gesagt egal wie groß es ist. Weil es wird eh gleich klein geschnitten. So. Und ich habe jetzt hier Crumb Cake Savanne. Und die Farbe habe ich wieder mit einem Schwämmchen aufgetragen. Weil ich wollte nur ganz leichten Farbauftrag haben. Einfach irgendwo hinstempeln. Und dann. So. Ne. Gefällt mir nicht ganz. Wartet. Moment. Das war nix. Habe ich zu viel abgeschnitten. Und dann. So. Ich bleibe hier bei dem. So. Ja. Jetzt. Das ist schon eher. Jetzt hier schneide ich mir nochmal so ein Stück raus. Und das hier wird jetzt einmal in Marineblau eingefärbt. auch wieder mit dem Schwämmchen. So. Und dann brauche ich nochmal eins. in. So. Das bleibt jetzt erstmal. Das klebe ich mir schon mal auf. Das kann man sich dann. Na. Wie war es denn jetzt so. Und das hier wird in Savanne eingefärbt. Okay. Okay. Schauen wir rum. Am besten. Na. Nee. Es war schon richtig so. Ich kriege es heute noch. So. Okay. Hier können wir jetzt. den glückwunsch in Marineblau habe ich den. ein. Ich nehme die große Schere. da. So. Dähnchen schneiden. das ganze glutet. Nein. nicht glutet. Mitten. Dimensional. sorry. Kompass drauf. Andersrum. so. Und hier mache ich mir erstmal wohin. am besten hier hin. rechts und links nochmal welche. so. fertig. noch mal weiter zusammen. das ist ein bisschen lang so. Moment. ja. so. besser. so. das sind meine zwei boxen. einmal dunkel einmal hell. beides maritim. hoffe es hat euch gefallen. bis zum nächsten mal. tschüss. tschüss. tschüss.